Hey, hey, du überlebst dein zweites Rennen gegen Spike? Hab dich wohl unterschätzt. Überlebt? Nee, nee, Spike ist kaum mitgekommen. Oh, sorry, nicht kaum. Nein, nein, er war der Loser. Ach, laber doch nicht. Emanuel, Emanuel, schwing deinen Hintern her zu uns. V, 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 V. Hallo, Ladies. Was, keine Umarmung, Mann? Komm schon, hey. Ich will doch nicht diese dünne Bohnenstange hier kaputt machen. Komm, Kleiner, komm in meine Arme. Lass dich von seinem Aussehen nicht täuschen, der Kerl ist echt flink am Lenkrad. Ich bin Emanuel, aber das sind wohl zu viele Silben für diese Leute. Nein, nenn mich Merno. Oh, starker Griff, Mann. Hey, das ist Fred, der norwegische Hammer. Was geht, buddy? Frederick. Also, machen wir heute noch was oder stehen wir nur rum und lästern über Spike? Ich bin für beides. Große Klappe. Wer hat Hunger? Ich hab kaum was gegessen heute. Ich verhungere. Ernst, Topp. Wo packst du das nur hin? Du isst, was er essen soll. Genau, Robin. Noch mehr essen und du setzt voll auf. Halt die Klappe. Gut, Schlauberger. Der letzte am Diner gibt mir einen aus. Nein, nein, nein. Der letzte am Diner gibt allen einen aus. Gah. Hm. Vielen Dank.